So sieht's aus, aber wie kann The Flash so langsam sein? Okay, ich nehme alles zurück. Dennoch. Ein paar Kombos checken ist nie verkehrt. Also was ich gemerkt habe, Y, 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 A ist immer da. Die Kombos sind immer. Wie wär's denn, ihr Bild? Damit hast du nicht gerechnet, ne? Oh mein Gott, oh mein Gott, wow. Die ganzen spitze alten Tricks sind einfach nur over the top. Und ich meine es ernst. Oh, nervig. Wie geht's dir in die Augen? Yeah, das war doch gut. Böse, böse, böse. Eigentlich wollte ich das ausführen. Naja. Wird auch Zeit, dass ich mal gewinne. Wie sieht's aus? Eine Kombos check ich noch. Ah, ich nehme den da. Nach vorne X, A, Y. Voll im Angriff gestoppt. Und ich meine es ernst. Zur Hölle mit euren Befehlen. Wir kommen hier nicht weiter. Ich will mit Superman sprechen. Ihr sprecht nicht mit Superman. Ihr werdet tun, was ihr verlangt. Ihr werdet tun, was ihr versprochen habt. All right. Ich glaub mal, nö. Ja, friss einfach mal die Steinsafe. Ja, voll. Er nimmt zwar hier halb an Landis auseinander, aber... Und wenn's unsere Gegner tötet. Warum eigentlich nicht? Hell yeah. Shazam. Was zur Hölle. Und tschüss. Der hat wirklich lustige Attacken. Oh, das trifft, glaub ich, nicht. Doch. Wow. Einfach nur. Wow. Guck mal her. Mein Gott, nicht mehr. Guck mal, auf die Gabel so. Der ist fies. Na, schade. Der hat viel Gesundheit wieder bekommen. Komm. Komm. Ah, ärgerlich. Komm schon. Einmal auf den Thron. Okay, dann halt nicht. Er hat gesessen. Okay, was haben wir da noch? Was haben wir da noch für lustige Sachen? Flutwelle. Ah, Y. Anstatt Y, A. Okay. Ah, das ist die Attacke. Boom. Jetzt wird der feige. Und tschüss. Easy erledigt. Ihr seid beide miese Diplomaten. Das ist er, Herr. Also gut. Die Paralleldimension. Für wen arbeitest du, Thronräuber? Manta? Ocean Master? Ich bin der König von Atlantis. Ich höre auf niemanden. Im Gegensatz zu dir. Zügle deine Zunge. Du würdest dein Königreich wie ein paar alte Stiefel hergeben? An einen Bewohner der Oberwelt? Der Vertrag verpflichtet Superman, die Ozeane zu erhalten. Und unsere Autonomie anzuerkennen. Die Armee muss unter seinem Befehl stehen. Ein notwendiger Kompromiss. Wohl eher ein Zugeständnis. Das ermüdet mich. Er greift ihn. Genau. Auf die Fresse. Ah. Oh fuck, ja. Fuchtelattacke. Ah. 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 Ich wollte dir eigentlich meine Hilfe anbieten, aber das gilt nicht mehr. Tja. Dann wohl mal nicht. Oh, was will ich eigentlich machen? Schick. Oh, wow. Fuck macht der schon. Der hindert mich wirklich an jedem Mist, den ich machen will. Weg mit dir, Gott. Eigentlich müssen wir das treffen. Na, wo der ist im Sprung? Fischi, fischi. Happy, happy. So ist gut. Allmächtiger Neptun. Oh, die Attacken sind fies. Hä? Was ist da ausgewichen? Oh mein Gott. Oh mein Gott, der ist immer einen Schritt voraus. Hebt! Oh, jetzt wollte ich den greifen und der wirft seinen Scheißsperr. Lame! Handlanger? Handlanger? Haben wir denn da? Erreiche Stufe 10. Ich versage und erreiche Stufe 10. Ja. Aber das... Warum nicht? Wieso macht er die Kombos nicht, die ich haben will? Ah, weil das nach hinten nix ist. Okay. Ah. Hell yeah. Komm, komm, komm. Der macht mich gleich hundertprozentig wieder fertig. Ich muss dich mal abhauen. Fuck. Nicht ganz wenig Schaden. Oh, er ist geblockt. Komm, komm, komm. Hey, du machst deinen Dreizeck. Ich schwöre, dann schweig. Chris. Die Kack hat der geblockt. Okay, ich hab noch ne Chance. Das gibt's nicht. Allmächtiger Neptune. Er hat mich eher erledigt. Jetzt bin ich dran. Damn. Okay, die Attacke ist fies. Und die will ich ehrlich gesagt auch können. Gibt's so viele Kombos noch. Nehmen wir denn nach hinten Y und nach oben A. Oh ja. Nicht mal so übel. Gibt's doch nicht, dass er jedem Mist ausweicht. Ah, da haben wir die Attacke. Shit. Ich hab nur X. Immer zieh ich den Kürzeren. Geil. Gewonnen. Reden wir über eine neue Außenpolitik. Tötet ihn! Geil. 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 What the hell? Was jetzt? Die schießen immer zuerst, was? Ich habe die Sache aber vielleicht ein bisschen angeheizt. Aris. Aris. Was machst du hier? Ich brauche den Kampf. Und wäre fast verhungert. Ich spürte die Rückkehr der Aggression und suchte ihren Ursprung. Du hast mehr als das getan. Du hast uns hierher gebracht. Nein. Aber ich kann mir denken, wer das war. Mein Feuer muss nicht angeheizt werden, Aris. Sag mir, wer es war. Du willst mir Befehle erteilen? Allerdings. Und du wirst gehorchen. Holy shit. Aris ist ein ziemlicher Badass, um ehrlich zu sein. Einfach mal drauf. Böse, böse, böse. Reck du, boah, du Hund. Jetzt fliegen wir mal richtig los. Boah, ich höre nicht auf. Bring it, bitch. Allmächtiger Neptune. Auch du... Oh, ja. Siehst du, wie ich dir FPL ... FPL erteile, du kleines Dreck. Ich... Oho, oho, ohi, oho. Wo bin ich. Ach du scheiße. Fuck. Fuck! Komm schon! Unentschieden! Feige Sau! Und tschüss! Du bist schwach, Aris. Supermans Herrschaft hat beinahe alle Konflikte gelöst. Und mich ohne Macht zurückgelassen. Wenn du uns nicht hergebracht hast, wer dann? Die, die Supermans Herrschaft ein Ende setzen wollen. Die Aufständischen. Helden? Nur einer. Alle Helden, die Superman herausforderten, wurden ausgelöscht. Er hat sie getötet. Und jetzt sind nur noch die übrig, die sich ihm angeschlossen haben? Neben einem paar ehemaligen Schurken, deren Loyalität gekauft oder... ...erzwungen wurde. Ich muss meine Kameraden treffen. Sie sind gerade bei den Aufständischen. Sende mich zu ihnen. Wie bist du hierher gekommen? Aris. Nicht unser Aris. Das wissen wir. Darf ich vorstellen? Nicht unser Batman. Ich hab mich gefragt, wie ich dich aus Atlantis zurückholen könnte. Kopfschmerzen? Ich versuche sie zu vermeiden. Es ist ein Stabilitätsverbesserer. 5U93R. Wie kann eine Pille... Kryptonische Nanotechnologie verbessert die Stärke der Knochen und des Gewebes um mehrere tausend Prozent. Batman kann dir den Rest erzählen, wenn du mal Probleme beim Einschlafen hast. Er hat das Rezept von Superman. Superman gibt es einen Lakaien. Ja, ich habe eine Menge unserer bösen Zwillinge getroffen. Sie sind nicht bösartig. Die meisten folgen Superman aus Angst. Oder sie denken, dass er recht hat. Sie haben den Durchblick verloren. Du bist also als einziger übrig? Nein, nicht nur ich. Wie soll ich das... Wieso lebst du überhaupt noch? Er gehört zu mir. Im Gegensatz zu eurem Luthor habe ich nie das Gesetz gebrochen. Superman würde niemals glauben, dass sein bester Freund hinter dem Aufstand steckt. Luthors Beteiligung ist ein Geheimnis. Supermans Kritiker verschwinden. Regierungsbeamte, Aktivisten, Journalisten. Da wir nun alle hier sind, sag uns, wieso du uns ausgewählt hast. Und wieso du nicht gefragt hast, bevor du uns hergeholt hast. Wir sind beschäftigt. Die Atombombe? Sie ist nicht explodiert. Dein Transfer hat das irgendwie verhindert. Wieso weißt du das? Wir haben euch einige Zeit beobachtet. Euch vier, um genau zu sein. Ich habe eine Waffe, um Superman auszuschalten. Ein Laser auf Kryptonit-Basis. Halt! Eine Kryptonit-Waffe? Wenn du das machst, bist du nicht besser als er. Ich sagte nicht töten. Es macht ihn kampfunfähig. Mehr nicht. Die Waffe ist in der Betthöhle. Ich brauche deine DNS, um sie zu öffnen. Der Kragen funktioniert gut. Umerziehung hätte bei ihm keine Wirkung. Hm. Und ich soll wirklich nicht bleiben? Kerl, ich weiß, dass du dein Supergehör nicht verloren hast. Ist das okay für dich? Mit uns? Natürlich. Ich will sie nicht ersetzen. Ich dachte nur, dass wir... Ich weiß. Mach weiter. Alles gut. Ich gehe. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass Lanca... Unterwegs ist. Mein Supergehör funktioniert wohl noch. Oha Rat, mir gefällt Dianas neues Aussehen. Hm. Wir haben ein Problem. Ich bin Dianas Zwilling begegnet. Und jemanden, der aussah wie Oliver Queen. Und Hel Jordan. Finde sie. Und alle anderen dort draußen. Ich muss alles wissen. Der Joker. Das ist schon ziemlich krass für Superman, wenn man richtig böse wurde. Ja. Danke fürs Mitnehmen. Du bist ein lustiger Kerl. Bist du sicher, dass die alte Gang hier lebt? Ja, hier könnten sie begraben sein. Gesetzestreu? Was erlaubst du dir? Da hinten haben wir es sehen, Kitty. Interessant. Mein Ruf eilt mir voraus. Du spinnst. Bitte geh nicht. Klappe klau. Hast du dich am Bein verletzt? Wie wär's noch mit einem gebrochenen Genick? Holy shit, wir als Joker?